Der Winterblues ist auf St. Pauli Geschichte. Szenegänger nehmen die fünfte Infektionswelle gelassen. Auch vor dem berühmtesten Discounter Deutschlands ist anscheinend wieder alles beim Alten. Nach dem erhofften Ende der Pandemie fehlt Penny-Marktchefin Ramona manchmal der Lockdown. Das Leben ist zurück. Es gibt so Sachen, die hat man nicht vermisst. Geh nochmal weg. Nee, du musst da schon weg, Kollege. Es ist schon schön, dass es hier wieder lebendig ist, aber es ist auch schon ganz schön nervig. Hamburg-Leb. Allatna lag Hamburg-Leb. Entweder Hamburg war da gar nichts. Hamburg ist geil. Kommt meine Kollegin schon? Morgen. Morgen, kommen wir gleich. Ich liebe mein kleines Paralleluniversum so ein bisschen. Hier ist halt jeder Tag anders gleich. Jeder von uns ist so ein bisschen gestört. Ohne dem geht auch nicht, der hier arbeiten will. Und das passt sich ganz gut mit den Kunden. Die anderen Märkte sind natürlich auch toll. Ich hatte vorher auch andere Märkte, aber hier ist es irgendwie so, hier fühle ich mich, als wäre ich angekommen. Das ist mein Zuhause, so ein bisschen. Genießt man morgen zu die erste Stunde, bevor die Kunden reinkommen? Man genießt die Ruhe. Bevor wir dann um sieben die Höllentore öffnen, dann ist es alles andere als ruhig. Und um sieben geht dann die volle Beleuchtung an, damit man das ganze Elend dann sehen kann. Anderthalb Minuten. Wie Ramona gehört auch Susanne zum Pennymark-Inventar. Eine Kiez-Kassiererin mit NEMA-Qualitäten. Ich habe jetzt noch vier Jahre bis zur Rente. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich wechseln. Wenn ich das bis zum Schluss hier aushalte, ne? Das ist nicht ganz ohne. So, fertig. Wir haben gegossen. Und tut sich schon was? Ja, guck um die Ecke. Guck. So, dann wollen wir mal. Okay, machen wir mal auf. Auf geht's. Morgen. Nach der Preisexplosion stieg der Umsatz in dem Billigmarkt um 30 Prozent. In der Krise kaufen Konsumenten im Discounter. Ich habe sogar auch Waffeln gekauft, nicht nur Orangenen. Ist das nicht toll? Und was machen Sie hier? Einkaufen. Wienerle. Was gibt's dazu? Patufensalat. Sind die gut? Die habe ich noch nicht gehabt. Ja, also das hatte ich tatsächlich selber schon mal. Das ist gutes Fleisch. Ich bin auch ehrlich und sag, wenn mir was nicht schmeckt. Ich habe noch nie gesagt, die Scheiße will ich nicht. Was benötigen Sie denn heute auf den Samstag? Eine Flasche Wodka, eine Cola, Milch und Müsli. Ich habe Durst. Aber was soll ich denn kaufen? Sekt, um Gottes Willen. Dann bin ich ja gleich besoffen. Ich komme öfter mal. Ich komme immer wieder. Weil das so schön ist hier. Zu Hause ist langweilig. Hier ist besser. Ich war da oben im Spielbudenplatz. Da spielt eine Band. Und habe zugeguckt und mitgesungen. Ich habe Spaß. Das haben wir gesungen. Yesterday, I'm a scene to see the far away. I believe to see the yesterday. Du kennst das von den Beatles. Das ist gut, ne? Fesche Jungs, ne? Ja. Singen bringt Spaß, weißt du. Was suchen Sie denn Schönes? Möhren, Soushine, Tomaten, grüne Gurke. Ich bin hier zu Gast. Ich fütter eigentlich die Katze. Die ist krank. Meine Freundin ist verreist. Schön, dass Penny auch Bio anbietet. Und der Preis? 1,29 Euro. Na, die 10 sind mehr. Und dafür haben wir Bio. Das ist doch toll bei Penny. Dann nehme ich einen schönen Blumenkohl. Der ist jetzt sehr gut. Und sogar noch runtergesetzt. Ja, guck mal, da lacht das Hausfrauenherz. Herrlich. Ja, einmal für morgen schönen Blumenkohl. Dazu habe ich Backfisch und frische Kartoffeln. Und übermorgen gibt es dann Soushine. Da habe ich Soushine-Pfanne. Hier so eine Fertigtüte. Mit Couscous. Vielleicht ein Spiegelei oder zwei. Ich koche mir immer was. Ich gehe nicht ins Restaurant. Wieso nicht? Ja, ist doch viel zu teuer. Hier weiß ich, was ich habe. Qualität. Aber Sie arbeiten immer nach Einkaufszettel, ne? Sie lassen sich jetzt nicht so ein bisschen treiben, ne? Ja, erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Das ist für mich. Morgens esse ich Müsli mit kalter Milch immer. Mach ich gerne. Und da zum Kaffee, das ist mein Frühstück. Was ist los mit den Beinen? Ich habe lange als Türsteher gearbeitet. 26 Jahre. Und da sind die Beine kaputt gegangen. Von dem Job ein bisschen, weil man immer steht. Ich habe 26 Jahre hier auf der Reeperbank gestanden. Wo denn? Hier vor Mundan Rouge. Und haben die Jungs reingeholt zu den Damen? Ja. Da waren aber noch viele Jungs und viele Damen. Guck dir das an jetzt, was hier geworden ist. Leider. Was soll man machen, ne? Viel Spaß gehabt hier. Jahrzehnte lang. Ich habe 80 Euro die Woche zum Leben. Für Essen, Trinken. Rente oder was ist das? Das ist diese Grundsatzrente. Mein Chef hat mich schlecht versichert. Das war ja damals hier so auf St. Pauli. Da hat man viel Geld verdient, wenn man gearbeitet hat. Aber wenn man nicht gearbeitet hat, hat man nichts bekommen. Vom Himmel in die Hölle. Vom Verdienst her. Was hat man denn damals so verdient am Mund und Rouge? Viel. Ja, ganz ganz viel. Die Clique hat es damals richtig krachen lassen. Das waren ja die goldenen 70er, die goldenen 80er. Und da ging es noch. Und nachher kam das mit den anderen Dingen. Mit den Beilagen. Da wurde es nicht mehr so schön. Mit dem Kokain und... Ja, das ist ja furchtbar. Das erzähle ich auch jedem. Das ist ja nun mal so, ne? So war das hier. Ach, ist egal. Ich habe trotzdem gute Laune. Jetzt geht es rund, sagt der Papagei und flog in den Ventilator. Was, der Mann wird es erzählen? Die Eule, die Eule, die hat am Arsch ne Beule. Also, Putin würde ich gleich abschießen, weißt du. Den kann ich nicht ab, den Kerl. Der ist einfach doof. Der dauert nicht mehr lange. Die Yacht haben sie ihm ja schon weggenommen. Bald ist er weg vom Fenster. Und Boris Becker ist ja ein Knast, der Knastin, ne? Der ist auch doof, du. Schmeißt mir dem Geld so rum und die... Ne, doch. Kann man nur so blöd sein. Und Levi, seine Frau sagt noch, war ein guter Papa und jetzt ist er am Knast gelandet und ist Knastin. Ist doch kein guter Papa, wenn er am Knast landet. Also hier, Ballerballer im Kopf. Aber Verrückte muss es geben, sonst hat der Psychiater nichts zu tun. Das Foyer des Marktes ist eine Bühne für tägliche Dramen. Nirgendwo sonst in Hamburg leben so viele Menschen von Leergut. Hier, da. Sehen die jetzt mal ein Pendymarker? Ist der Automat immer voll. Man muss Pendymarker mal richtig Automaten sauber machen. Hier vorne ist viel Dreck. Viel nass. So viel nass. Kannst du sehen? Kannst du sehen? Nimmt er nicht an? Er muss die Dosen annehmen. Ramona, das Gerät wieder kaputt? Ach, er hat irgendein Problem, aber ich weiß noch nicht welches. Machen Sie den Abend auch nicht sauber? Doch. Aber was glauben Sie, was hier tagtäglich durchläuft? Einen Tag muss sie zweimal sauber machen. Ist gut. Den können Sie hier anfangen. Als Automatenputzer. Die nimmt er nicht. Der ist, weil er es verknickt ist. Ramona hat recht. Kann er mal an den noch mal versuchten? Ja. Ist ja automatisch freckig. Geht nicht. Schick die noch mal her. Ich krieg gleich einen Anfall hier. Das ist so eine Däubrotstelle hier, Piet, oder? Ist nicht. Das ist katastrophlich hier immer. Ich liebe es. Ohne Ende. Wohin haperst du meistens? An der Technik grundsätzlich. Irgendwann an der Technik. Lesegerät, oder? Ja, es ist auch der empfindliche Sensor da drin. Das ist immer katastroph. Aber was soll's. Gehört zur täglichen Aufgabe. Alltäglicher Wahnsinn hier. Eine Flasche wurde gar nicht gezählt vorhin. Echt? Ja, die hat er angenommen und ja. Und das war's. Mann, 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 Mann. Reckladen. Funktioniert nicht? Ach, gar nichts hier. Die scheiß Renovierung ist immer neu. Die Leute sind doch selber schuld, wenn sie da drei Kilo Bier reinschütten. Die sind der Meinung, wenn der Automat mal verklebt ist, wollen sie die Mitarbeiter dafür verantwortlich machen. So, da liegt's noch, Markus. Ja, hier ist eine Flasche verklemmt. Oder zwei. Drei. So, wieder was. Ein bisschen streicheln hilft. Bei Ihnen kommt ja auch schon was zusammen hier, ne? Ich kann mich da nicht beschweren. Weil die Leute schenken mir ihren Müll. Und so ist das dann immer alles meins. Man hat der Eindruck, der ein oder andere verdient da seinen Lebensunterhalt mit, ne? Definitiv. Wenn du mal eine Nacht fleißig am Sammeln bist, da kommt bestimmt einiges zusammen. Und das auch auf jeden Tag? Na sicher. Was kommt denn da so zusammen? Soll ich ehrlich sein oder soll ich sie belügen? Ehrlich. Ich hab gestern 700 Büchsen gesammelt. Können Sie ja ausrechnen. Durch 0,25. Ich hatte Kleidergröße 4XL. Jetzt bin ich runter auf 2XL schon. Durch das Laufen. Durch das Flaschensammeln? Viele Kilometer laufen am Tag dann. Wie viele Stunden sind Sie denn da unterwegs täglich? Ja, angefangen hab ich mit sechs bis acht Stunden. Und jetzt? Ja, jetzt mach ich, wenn's mir Spaß macht und wenn ich Zeit hab. Die besten Ergebnisse erzählt man natürlich nachts. Da sind Sie auch unterwegs? Ja. Ich bin letzte Nacht um halb drei nach Hause gekommen. Was kommt denn dann finanziell bei Ihnen rum? Ich hab das noch gar nicht überschätzt, aber es ist schon einiges. Wo ungefähr? 2.000, 3.000, 3.000. Was? Euro. In welchem Zeitraum? Im Monat. Vor allen Dingen steuerfrei. Die saufen zu viel. Wird zu viel gesoffen. Alles in zwei Stunden? Tja. Ist ich euer Ernst? In zwei Stunden? Ja, zwei Stunden, ja. Das ist die Reeperbahn. Reeperbahn lässt grüßen. Das ist vom Pfandautomat. Die zerschreiteten Einwegpfandflaschen. Was bringt so ein ganzer Sack? 400 Euro, je nachdem, ne? Ich mach das nur, um diese Asozialen hier ein bisschen zu tritzen. Ehrlich? Ja. Wieso? Ja, gucken Sie sich doch mal an, was hier auf den Straßen los ist. Da werden nachts die Leute überfallen, die Frauen ausgeraubt und und und. Und wenn Sie dann Flaschen sammeln, passiert was? Ja, irgendwann verziehen die sich, wenn sie nichts mehr finden. Die finanzieren ja damit ihren Drogenkonsum. Aber es wäre ja für Sie schlecht, ne? Ich hab ja meine Arbeit. Was machen Sie denn? Ich bin selbstständig, ich mache Mauerarbeit und all so'n Kram. Das ist mein Unterkauf. Ganze Tag durchlaufen, Pfandflaschen sammeln. Jetzt Essen kaufen. Klappt das einigermaßen? Manchmal schon, manchmal nicht. Manchmal hungrig schlafen. Wo schlafen Sie denn? Ich? Bei meiner Freundin zurzeit. Zum Glück. Da meine Freundin. Und Sie haben eine Wohnung? Und ich muss Pfandflaschen sammeln. Und Prostitution dazu machen. Das ist nicht normal, ne? Ich bin nie gemeldet, keine Adresse, nichts. Ich bin so wie, keine Ausweis, wie nennt man das? Illegal. Illegal bin ich hier. Nur muss ich einen Millionärdeutschen suchen. Und dann heiraten und dann alles fertig. Das Leben ist schöner. Wie soll der Mann denn sein, den Sie suchen? Egal. Alt, jung, egal wie sein soll. Halbsache Millionär. Mit viel Geld. Was haben Sie zu bieten? Alles. Schöner, schlanke Körper, alles. Ich bin transsexuell. Ladyboy. Und, wie viel ist rausgekommen? Neun Euro. 75, äh, 75, genau. Jetzt einkaufen. Ja. Bis zu 3.000 Kunden shoppen hier samstags. Über 3.500 Artikel stehen zum Verkauf. Durch seine illustre Kundschaft wurde das Lebensmittelgeschäft auf der Roten Meile bekannt. 17 Jahre nach der Öffnung ist der Laden Kult. Jetzt gucken wir uns den geilsten Pennymarkt in Deutschland an. Gelesen habe ich schon viel von. Und ich kenne mich ein bisschen aus mit Lebensmitteln. Eine nette Untertreibung. Bis vor 16 Jahren hat Dieter Schäfer Süßwaren an Großkunden verkauft. Noch heute inspiziert er mit Vorliebe Verkaufsflächen. Und das Anzügliche stört sie nicht? Ne, das habe ich da hinten zum ersten Mal gesehen. Alles gut. Ne, das ist okay. Ist doch schön. Wir sind ja aufgeschlossen. Das freut mich natürlich, dass meine ehemaligen Produkte ausverkauft sind. Die M&Ms, Twix, Snickers, Ballisto, jawohl. Reise sind okay. Und da freut mich schon, dass hier Wrigley sehr gut platziert ist. Das gehört nämlich auch dazu. Sollte das beste Produkt auch den besten Platz nehmen. Sauber platziert, schön. Müsste natürlich auf dem Samstagabend alles leer sein. Aufgrund der Kundenfrequenz, was hier ist. Wobei ich schon glaube, dass die hier 70 Prozent des Umsatzes mit Getränken machen. Dann soll man Glöcke bilden. Das ist hier eigentlich recht gut gelungen. Mit Zuckerwaren hier. Hier Schokolade. Wenn wir Ihnen komplett geguckt, wie die Regale bestückt sind, das kenne ich nicht anders. Wissen Sie, dass in Amerika für eine Milliarde Tote Dollar Eminenz verkauft werden. Soll man nicht glauben, eine Milliarde Dollar. Was gönnen Sie sich denn ab und zu mal so, was nicht aller Tage im Einkaufshof landet? Ja, so ein schöner Fruchtjoghurt. Manchmal gibt's ja leckere Sorten. Saisonsorten sind immer toll. Ja, dann vielleicht noch Käsekuchen. Das ist ja hier Käse. Sparbezirk, da sind wir ja schon. Oh, und dann noch im Angebot. Na, besser geht's noch nicht. Oh, Ramjoghurt, der Gute von Wein, Stefan. Das gibt's doch nicht. Oh, und dann noch im Angebot. Ist ja toll, jetzt bringe ich aber richtig hier. Ja, dann mache ich keine Aprikosen. Darum ist der hier. Zu dumm. Schade, Aprikose mag ich nicht. Dann nehme ich zwei dafür. Ja, dann vielleicht Heidelbeer. Alles da, was das Herbst begehrt. Im Winter gibt's immer Apfel ... Wie heißt denn das? Bratapfel. Ah! Die hab ich gesucht. Guck mal, Amarena Mascarpone. Oh, ich wollte ja nur zugreifen. Dann nehme ich Mascarpone. Ja, ich glaub, jetzt hab ich alles. Ab zur Kasse. Und wie sind jetzt Ihre Pläne für den Abend? Ich war doch im Theater. Ich hab die Blechtrommel gesehen. Mehr kann man nicht erwarten. Ist doch ein perfekter Tag. Ketchup. Der Gute, nur Heeler. Hermann Laue aus Ahrensburg. Jungermann. Hallo. Jo, ich bin ja Hamburger Dern. Für mich ist das alles normal. Also hab ich kein Problem mit. Das ist für mich auch Lebendigkeit. Bisschen noch wem, was um mich herum vorgeht. Vorsicht geht. Nicht immer nur mit dem Handy und nicht mehr die Vögel zwitschern hören. Ich bin so grau und unscheinbar. Man wird eigentlich kaum gesehen. Aber ist egal, ich seh viel. Hey, Sie waren aber auch schon mal da. Zum vierten Mal jetzt. Bisschen Nachschub besorgen? Ja, Kaffee muss sein. Kaffee Latte? Ja, ne Mischung. Ich find immer Wasser. Der schlug am besten. Ich brauch keinen Alkohol. Ich bin auch so lustig, weißt du. Das ist alles Luxus geworden, weißt du. Autofahren auch. Bei den Benzinpreisen. Unerhört. Preise haben ganz schön angezogen insgesamt. Ja, ja, reichlich. Wie ist das so für Sie? Komm ich noch mit klar. Ich hab verdient genug Geld. Mach dir mal keine Sorgen. Was arbeiten Sie denn? Industriemechanikerin und technische Zeichnerin hab ich zuerst gelernt. Und was zeichnen Sie da gerade so? Maschinenteile. Anspruchsvoll. Ja. Aber ist gut. An der Drehmaschine zu arbeiten als Frau, bringt richtig Spaß, weißt du. Und schön Gewinde schneiden und bohren mit einer Standbohrmaschine. Und hobeln und meißeln und fräsen. Ich bin fit wie Turnschuhe. Und tanzen und Stimmung. Richtig gut. Vorhin war ja noch die Seemannsband da. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over a sea. Oh bring back my Bonnie to me, to me. Oh bring back my Bonnie to me. Schön, ne? Tschüss, ihr drei. Drei Mann in einem Boot. Die waren in Seenot. Jetzt muss ich aber mal zur Kasse gehen und bezahlen. Hallo. Moin. Banangeli für zuhause vom Fernseher zum Wegnaschen. Schönes Wochenende noch. Tschüss, bye bye. Also was mir gefällt, ist halt das bunte, was zu Pauli passiert, so wie wir waren. Auch hochinteressant. Da wäre mancher Bäcker froh, wenn sein Regal so abends ausschauen würde. Aber dieser Pennymarkt, der hat schon einen Namen in Deutschland. In der Fachpresse wird doch sehr oft drüber berichtet auch. Und sauber und ordentlich ist er hier. Respekt. Arno Kluge fühlt sich hier ebenfalls wohl. In der Nacht hat der Handwerker massenweise Leergut gesammelt. Über 30 Euro. Nur für die drei Taschen. Lass mir das Geld austeilen und komm gleich wieder mit den nächsten drei Taschen. Gibt's da nicht große Konkurrenzen? Ne wie denn, ich bin doch der Schnellste. Das ist noch lange nicht alles. Ich hab noch zehn solche Taschen. Stehen bei mir noch in der Wohnung. Teilt die Spenden für irgendwelche Sachen. Mal am Kindergarten, mal dahin, mal dorthin. Wo mir's gerade einfällt. Und dann so langsam hat sich das dann so immer mehr verfeinert. Weil man versucht ja dann auch das irgendwie besser hinzukriegen noch. Immer besser wie die anderen sein. Ganz einfach schneller laufen. Ich bin sonst immer irgendwo rausgefahren und im Wald oder so gelaufen. Denke ich, wieso, das kannst du doch hier auch haben. Und das ist eben das lukrative dann. Irgendwo muss es hier auch einen Anreiz haben. Ich hab das gesehen, was andere wegschaffen. Ich denke, das kannst du auch. Und dann läufst du nicht minus durch die Gegend. 36,25 Euro. Danke. Kann ich die Quittung kriegen? So in einer halben Stunde bin ich wieder da. Tschüss. Bereits zum fünften Mal ist Till heute im Markt. Er kampiert vor dem Eingang und versorgt sich hier mit dem Nötigsten. Eine Erkältung macht dem leicht bekleideten Mann zu schaffen. Was brauchen Sie? Taschentücher. Für die Nase halt. Schnupfen? Was ist das eigentlich für ein Ausfitt, was Sie anhaben? Ich bin Skinhead. Für was steht das heute? Viele beurteilen das als rechts. Aber in echt ist das nur unpolitisch. Wir engagieren uns teilweise für die richtigen Skins. Wir engagieren sich eher für das schwarze Volk. Also nicht rassistisch, sondern gegen den Rassismus. Könnten Sie ja fast auch ein Punk sein, ne? Ja und nein, weil Punks, die sind eher politisch als wirs Kinds. Weil wir sind eher so für die Arbeiterklasse engagiert. Für uns ist das wichtig, dass die Arbeiterklasse mehr Geld kriegt und die Steuern ein bisschen weniger werden und die Mieten auch deutlich weniger werden. Grad in Hamburg. In welchem Bereich arbeiten Sie? Glaser. Und wie leben Sie das quasi? Ich lebe das in denen, wenn ich das jetzt mal hart kurz sage. Arbeiten, arbeiten gehen, saufen, ficken. Ein Leben von einer Arbeiterklasse halt. Auch ohne Job kann das Leben einseitig sein. Sebastian wurde durch einen Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen. Bei dem Punker dreht sich seitdem fast alles um Alkohol. Gleich nach dem Aufwachen braucht er hochprozentigen Stoff für kleines Geld. Schönen guten Morgen. Morgen, wie geht's? Gut, und selber? Ah, Katastrophe. Fuck's not dead. Ripperbau funktioniert. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Nicht zu viel Geld. Katastrophe. Katastrophe, total Katastrophe. Ich brauche das. Und Radler? Meine Frau ist tot. Drei Jahre. Und drei Jahre ich. Traume, wahrscheinlich Traume. Katastrophe, Katastrophe. Aber ich hatte keine Kinder, das ist bloß. Seit drei Monaten ist Sebastian in Hamburg. Kassierer Piet kennt die Untergangsfloskeln des Stammkunden schon. Hallo. Wie geht's dir? Katastrophe. Katastrophe. Das ist dein Lieblingswort. 5,93 Euro, ja? Oh, zwei Euro. Das kannst du einschränken. Wow. Moment. Kein Problem, einen Moment. Ja. Hol da noch Nachschub? So was übrig geblieben, ne? Ja. Das ist noch ein bisschen Geld. Am Ende des Horizonts. Na du? Kann ich das mit Feebeck-Fee auch bezahlen? Das ist ja hervorragend. Oh, Schätzelein, keine Lust gegen. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen muss. Wenn ich das Ding aufhabe, höre ich immer so schwer an. Ich spreche immer schwer. Pumpe sammeln auch bei dir? Nee, freu nicht. Geleg auch nicht, ne? Wir sehen uns noch. Ich komm leider mal wieder. Ich geh jetzt erstmal weiter arbeiten. Ich geh jetzt in die Freiheit. Zu Olivia. Ich mach bei Olivia so ein paar Leben sauber. Den Schmutz der Verrückten heute Nacht. Danke schön. Oh, da gibt's wahrscheinlich viel zu tun, ne? Es geht, es geht. Ja, alles gut. Oh, Jake. Süß, ehrlich. Es gibt Schlimmeres. Sebastians Starthilfe in den Tag. Eine Packung Kräuterschnaps. Vier Fläschchen für 99 Cent. Meine Frühstück. Einst war er Lkw-Fahrer. Doch ein Neuanfang kommt für ihn zurzeit nicht in Frage. Sind das jetzt die ersten Getränke heute? Ja. Bis vor ein paar Wochen lag der Panker noch im Krankenhaus. Er war mit dem BMX-Rad gestürzt. Jugendliche hatten ihm das Gelände-Bike aus Mitleid geschenkt. Alkohol ist scheiße. Aber ich brauche. Seit dem Tod seiner Frau tingelt Sebastian durch Großstädte. Seine letzte Station, Kopenhagen, jetzt Hamburg-St. Pauli. Nicht zum ersten Mal. Bleiben Sie auf der Straße? Wie lange schon? Uh, drei Jahre. Drei Jahre jetzt. Heute habe ich geklaut. Meine ganze Tasche mit Essen, Puhl, Essen. Vier Flaschen Wodka nach heute Morgen. Gestohlen? Ja, ich weiß nicht. Zerrat. Vier Flaschen Wodka hat man Ihnen gestohlen? Und Essen, alles Essen, alles. Garderobe. Neue T-Shirt, Eleganze. Alles geklaut. Ich weiß nicht. Wann ich sehe, er könnte starten. Ich bin guter weiter. Okay, Jungs, ich muss laufen. Denn mit nur einer Flasche Wodka kommt er nicht weit. Dankeschön, schönen Tag. Ich muss schnallen. Den Beschaffungsdruck, den Sebastian jetzt hat, kennen Till und seine Freundin noch nicht. Eigenständig Geld zu verdienen, kommt für Amy nicht in Frage. Trotzdem ist der berufstätige Punker frisch in sie verliebt. Till, sag mal, ist das deine Perle, von der du eben erzählt hast? Ja. Wie lange sind sie zusammen, sie beide? Drei Tage? Nee, ne Woche. Und wie haben sie dich kennengelernt? Hier beim Saugen. Das ist der Kiez. Der Kiez bringt viele Liebschaften hervor. Hat das Potenzial mit euch beiden? Ich denke schon, ja. Zählen Sie sich auch so Arbeiterklasse? Nee. Ich glaub, ich werd niemals wirklich arbeiten gehen. Wie verbringen Sie denn so den Tag? Hätte ich Internet zu Hause, würd ich den ganzen Tag vorm Computer hängen. Oder draußen sein und saufen. Mehr mach ich im Grunde gar nicht, nee. Nach was surfen Sie dann im Internet? Ja, ich hab so ein Online-Rollenspiel, was textbasiert ist. Einer schreibt halt einen Text, was sein Charakter macht. Und der Nächste schreibt einen Text, wie der Charakter darauf reagiert. Also ich habe sieben Charaktere. Der eine heißt Jason und er ist ein Vampir. Und er führt ein Café, wo abends dann Blut verkauft wird an die anderen Vampire. Dann hab ich noch einen Vampir, der heißt Justin. Der ist so mega schüchtern. Dann hab ich noch einen Werwolf, der heißt Rubim. Der ist ein kleiner Rebell. Hallo. Und wie ist so Ihre Lebensphilosophie? Wenn ich sterbe, dann besoffen. Hab ich schon deine Glücksglatze gestreichelt heute? Wow. Mütze. Glücksglatze streicheln. Ja. Ja. Ich lass mir gehen. Bin trepskrank, bin ich. Trepskrank. Lungenkreis. Und kann man noch was machen? Nee. Bei mir nicht mehr. Ich bin so auf deutsche Sache so runter ins Stadion. Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn noch? Das ist eine schwierige Frage, was Sie stellen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn noch? Das ist ein Herzkopf. Die halten wir zum Leben. Ob Sie glauben oder nicht, die halten wir am Leben. Was ist das denn? Ja. Ja, klar. Mit dem Sie. Ich hab ein gutes Gefühl. Wolfgang kommt aus Ostdeutschland. Auf der Reeperbahn zu leben, war immer sein Traum. So oft es noch geht, chillt der gelernte Maurer im Eingang. Sebastian ist unterdessen im Schlepptau der Ordnungsmacht. Der Panke hatte sich weiter betrunken und war mitten auf der Pennymark-Zufahrt gestürzt. Da er sich die linke Schläfer aufgeschlagen hat, haben zwei Polizisten der Davidwache einen Rettungswagen gerufen. Wer ist das, Sebastian? Sebastian, können wir ganz kurz reingehen? Dann können wir dich kurz anpuffen. Okay. Okay. Komm mal hoch. Erst mal gehen wir rein. Alles ist in Ordnung. Ich bin alleine. Das war vor kurzem. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Auch dieser Mann könnte Hilfe gebrauchen. Bei einem Reeperbahnausflug hatte er Styroporplatten entdeckt und einfach mitgenommen. Der Finder hat bereits einen im Tee. Das macht das Handling nicht leichter. Ja, die lade auf der Straße rum. Haben wir mitgenommen. Ich hab damit vor, mein Campingplatz, ungefähr meine Dings hier, wie heißt das? Vorzelt, ne? Mein Vorzelt. Erneuern. Das war durchgemoddert. Auf jeden Fall machen wir das wieder heile. Die Dämmung unten für den Fußboden. Und wie sind Sie hier am Eingang vom Pennymarkt gelandet? Meine Frau muss Pfad abgeben, ne? Ich brauch noch Bier. Du weißt doch, auf der Reeperbahn brauchst du Sprit. So ist das einfach. Auch ein paar kurze Zindkerzen. Ist doch in Ordnung. Das ist meine Frau. Hallo. Und sie ist auch voll dabei. Ja, ey, ey. Guck mal her, du musst mir helfen. So, jetzt bau ich gleich mein Haus. Ja klar, gar kein Problem. Und, 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 und. Ja, und die sind auch mit dem Fernsehen, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Jetzt, ich nehme mich mal hoch. Ach klar. Perfekt, perfekt. Jungs, pass doch hier auf. Ey, keine Schwestbund. Und lass sie dich vom fremden Männern an treffen. Tschüssing, Jungs. Der Heimwerker geht, Ramona putzt hinterher. Das Penne Entree, die Visitenkarte des Marktes. Wenn das nicht richtig liegt, bin ich nicht glücklich. Ich mag das aber auch nicht, wenn das schräg liegt. Aber in einer halben Stunde kannst du es eh wieder gerade hinlegen. Und auch das machen wir jeden Tag. Rumgammeln ist nicht. So, Obstgemüse durchgucken, die Sachen rausnehmen, die halt nicht mehr schön sind. Du hast natürlich Tagesfrische Artikel, die du dann wirklich nur einen Tag verkaufen darfst. Oder kannst auch. So was wie Kopfsalat, der sieht halt einen Tag schön aus, am nächsten Tag nicht mehr so. Das ist ja meistens nur das äußere Blatt, was dann irgendwann ein bisschen trocken wird. Aber das hat ja nichts mit dem ganzen Kohlkopf zu tun. Und nötig Sachen wegschmeißen wollen wir ja auch nicht. Die reißen immer die Blätter ab und schmeißen das wieder in die Kisten. Obwohl ich hier immer eine leere Kiste vorstelle. Das kann ich nicht ab. Wenn sie es abreißen, dann können sie es doch auch irgendwo in den Mülleimer schmeißen oder in die Kiste. Ja, früher, wenn du beim Discounter eingekauft hast, warst du glaube ich assi. Also Discounter war immer so für die Leute, die kein Geld haben. Und das hat sich ja grundweg geändert. Und wir haben uns etabliert. Zwei Euro mehr als sonst. Die spinnen wohl. Ist alles teurer geworden. Aber nicht nur bei Penny. Wir haben immer gut zurückgelegt und jetzt müssen was ausgeben. Vor 60 Jahren bin ich hierher gezogen. Und gefällt es Ihnen heute noch? Immer noch. Nur Sonnabends nicht, so wie jetzt mit der Sauferei. Hast du einen Toast? Nee, eins nur. Das ist zu viel. Das schaffen wir gar nicht. Das ist das Kleine. Nimm einen Toast raus, bitte. Ich hab das schon, Mensch. Ja, Mensch. Du weißt, die Milch hast du auch? Nein, hab ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo die steht. Und die Käse doch. Das ist nicht so wichtig, kriegen wir nächste Woche noch. Ich hab noch zwei Gläser zu Hause. Lass mal stehen, lass mal stehen. Nimm mir lieber zwei Tüten Milch mit. Ich war noch nie eine gute Köchin. Ich koch nur, weil ich Hunger hab. Sonst nicht. Aber Ihr Mann ist zufrieden? Ja, muss er ja. Ein anderer kocht ja nicht für ihn. Was soll er machen, ne? Wie lange sind Sie schon verheiratet? Werden Sie nicht glauben. 60 Jahre. Gratuliere. 30 Jahre wären auch genug, ne? Was wollt ihr denn noch haben? Erst mal noch ein Brot. Wenn es geht, voll Korn. Können Sie das noch beißen? Ja. Ich hab noch richtige Zähne. Was denken Sie denn? Ich hab immer aufgepasst. Ehrlich? Natürlich. Noch die eigenen? Natürlich. Ich kann noch nichts rausnehmen. Und Sie haben hier noch einen Heiratsantrag gemacht? Ja. Ja. Wie war das? Wir haben jetzt ein Kind gemacht und dann Heiratantrag. Jetzt hab ich ja an der Backe. Wir sind nach Hamburg hier gekommen und dann haben wir geheiratet. Haben eine kleine Wohnung gekriegt und gut. Da musste man sehen, wie man zurechtkommt, ne? Und wer macht bei Ihnen die Haushaltskasse? Schäffel. Na ja, einer muss auch passen, ne? Ja, gut. Dann alles Gute für alle. Tschüss. 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 Die Familie bereitet dem nächsten Kunden Kummer. Man wundert sich, was der Vater beim Einkauf Preis gibt. Mein Sohn hat mich angezeigt. Mein Sohn hat mich angezeigt. Weswegen? Weil ich mich lauthals in der Wohnung artikuliert hab. Ich hab mich verbal artikuliert. Die Wohnung steht noch. Die Wohnung steht noch. Offenbar aber wackelten die Wände. Nach den Angaben des Mannes hatte ihm das Jugendamt den Sohn bereits einmal entzogen, als dieser noch klein war. Und? Was gefunden? Frühstück. Frühstück. Um 15 Uhr? Ja. Ich hab einen tiefen Schlaf. Und was wollen Sie denn jetzt machen mit Ihrem Sohn? Gar nichts. Ja. Denkst du, ich greif mein eigenes Fleisch und Blut an? Hab ich nie und werd ich auch nie. Na, und wie kommt das jetzt, dass er Sie angezeigt hat? Ein kleines Streitgespräch zwischen mir und meiner Lady. Weswegen gab's denn Streit? Ja. Aus dem Gaseinwandgrund wurde das Jobcenter. Die Miete seit Dezember für mich nicht bezahlt und mein Sohn ist Selbstzahler. Ich hab alle Papiere eingereicht und nichts passiert. Und Ihre Frau hat Ihnen das nicht geglaubt? Nein. Und dadurch gibt's Streit. Weil es entstehen ja Kosten. Trotz Fallmanager passiert nichts. Weißt du, was ich für den Hals hab? Ja. Hallo. Und jetzt sind Sie zu Hause erst mal geflüchtet, ja? Ich bin gestern abgeraucht und hab mir eine Flasche Jack Daniels reingeballert. Dann hab ich Karikola, Bier. Haben Sie kein Geld dabei? Im Moment nicht. Sie nehmen kein Geld dabei? Im Moment nicht, aber ich hab einen guten Kollegen. Ich lass das kurz hier. Ja. Hab ich auch kein Problem mit. Okay. Okay. Nein, ich denke dir. Einkauf im Discounter ohne einen Penny in der Tasche. Nicht ungewöhnlich bei der Marktklientel. Wie eh und je ist die Reeperbahn ein Magnet für zerrüttete Existenzen. Dennoch gehen schicke Ladies hier bummeln und wilde Jungs regeln ihr Business. Vor allem samstags kommt das Amüsierviertel ab den Nachmittagsstunden auf Touren. Hier darf man sein, wie man isst. Egal, ob man unter die Haube kommt oder sich nur über Wasser hält. Zwischen 18 und 23 Uhr wird im Kiezpenny der größte Umsatz gemacht. Ja, jetzt kauf ich ein bisschen Essen ein und dann Essen. Gibt's. Mal gucken, was billiger gibt's. Oder 30 Prozent. Da, guck mal, 30 Prozent. Trotzdem teuer. Ja. Sowas. Ja, das Bratwesen. Ich bin seit paar Monaten hier. Ich will schöne Wohnung haben. Der Plan war, dass man gut Geld verdienen, arbeitet. Und wenn man in Deutschland arbeitet, Steuer, Krankenkasse, Rente und so alles bezahlen. Und wenn ich sterbe früher, hab ich sonst bezahlt Rente und so alles. Dann will ich einen netten Mann finden für mich. Wenn er 2, 3,5 Euro netto verdient, all gut. Wie viel bräuchten Sie denn, um klar zu kommen? 500, 600 Euro. Essen. Was man in Leben braucht kann, ne? Glauben Sie noch an die große Liebe? Große Liebe, nee, Gottes Willen, hab ich einmal geliebt, reicht doch. Liebe glaub ich nicht mehr. Alles gelogen. Den frisch verknallten Till plagen andere Sorgen. Seine Nase läuft wieder. Was fehlt denn jetzt? Äh, Taschentücher. Doch auch der Skinhead hat unerfüllte Sehnsüchte. Noch wohnt der junge Glaser in einem Vorort von Hamburg. Kommen Sie von hier? Nee, ich komm aus Bergedau. Ich sag's mal so, ich möchte aus Deutschland auswandern. Nach Alaska, irgendwo, nirgendwo. Weil ich da nur für mich allein sein möchte. Also ich sag's mal so, so schnell wie möglich raus aus Deutschland. Für mich. Was gefällt Ihnen denn hier nicht? Das sind zu viele Menschen halt. Viel zu viel. Und in Alaska bist du halt für dich ganz alleine so. Ohne Freundin dann? Ja, also schon Freunde, aber sie wissen, was ich meine. Die Stadt ist nicht so eng. Und du kannst da mal abseits sein. Irgendwo schön in den Wald warten, in den See oder so. Oder irgendwo auf den Berg gehen. Die Sonnenuntergang genießen oder Aufgang auch noch dazu. Und mal gucken halt, ne. So vielleicht in zehn Jahren, wenn's klappt. Till zieht es in die Ferne. Viele Osteuropäer suchen auf St. Pauli ein Stück Heimat. Auch unter den Neuankömmlingen gibt es Flaschensammler, die mit dem Rückgabesystem noch nicht so ganz vertraut sind. Was macht der da? Die Maschine nimmt Plastikflaschen und Dosen an, aber kein Glas. Geräte in anderen Märkten können das. Doch das muss man erst mal wissen. Ich weiß nicht, was macht der da? Ach, 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 ach. Wer ist gut kaputt? Wie bitte? Wer ist kaputt? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Oh, sag mal. Oh, sag mal, was macht denn der da? Hallo? Das ist 15 Cent. Er nimmt keine Glasflaschen. Weil es nicht dafür geeignet. Vorum 18. Ein, ein Dosen, 18, ja? Ja, er nicht geeignet dafür. Er kann das nicht. Von technischen Gründen kann das nicht. Glas funktioniert nicht? Glasflaschen, nein. nur Plastikdosen. 18, 18! 18, ja. Aber nicht hier. Achtzehn, ein Wotel, Achtzehn. Gratis, gratis, gratis. Gratis für Penne. Gratis. Gratis. Die Glasflaschen hätte der Mann an der Kasse abgeben können. Das wissen selbst viele Stammkunden nicht. Unglaublich, ne? Hat der Anstalt hier stehen gelassen? Das würde ich woanders abgeben, wo sie ein Glas annehmen. Schlagen Sie zu? Nee, nee, nee. Ich habe selber Geld. Ich brauche das nicht. Ich nehme mir jetzt noch ein Bierchen und dann werde ich nach Hause. Gut. Ich bin der Boss ohne Geld. Leben Sie hier auf der Reeperbahn? Ja, ich bin da. Was brauchen Sie denn schon so früh? Essen, Wasser, Getränk, viel Spaß. Und Metallschwamm. Schwamm. Ja, Metall. Metall. Schwamm. Ja. Ich komme aus dem Rheinland. Ich spreche nicht Französisch, ich spreche Italien, ich spreche Englisch, ich spreche Spanisch, ich spreche Alamand. Ich spreche nur Norwegian. Wie viel kostet das? 99 Cent. Nein, glaube nicht. Ich dachte, Boss ohne Geld. Ja. 4. 4 Stück vor. Okay, 99 Cent. Ja. Sicher? Sicher. Weil ich gehe hier schwer Schwamm. Das ist diese, das ist, guck mal. Edelstahl, Edelstahl. Okay. Aber der Boss ohne Geld kann, ich habe hier 3 Euro. Reicht, reicht. Ja, das reicht für mich. Was machst du damit? Für, äh, wie heißt das? Waschen. Toff, Toff waschen. Kraftiker. Ich bin der Boss ohne Geld. Wieso denn der Boss ohne Geld? Ich bin der Boss, weil ich gesund habe. Das ist für mich sehr wichtig. Geld kann ich nicht alles machen. Ich brauche meinen Kopf rein, ich brauche keinen Stress in meinem Kopf, ich brauche keinen Bodyguard, ich brauche kein Video, ich brauche keine Kamera, ich brauche das nicht. Ich schlafe mit meinem Ruhig, ohne Angst. Deswegen, ich bin der Boss ohne Geld. Ja. Mit Geld lebt es sich aber auch nicht schlecht. Arno Kluge ist der neue Pfanddosenkönig von St. Pauli. Was gibt es denn leckeres? Hähnchenleber. Oh, ist ja speziell. Ja. Kochen Sie selber? Ja. Wie bereiten Sie die zu? Ja, ich brate die mit Zwiebelringen. Und damit die richtig gewürzt und dann ist sie schon fertig. Also es ist ein ganz einfaches Gericht. 37 Euro. Ich bin einer von den wenigen, der bei Penki mal noch was rauskriegt. Suchst du Personal? Nö. Nö? Ich habe mich schon alleine. Oh Mann. Ich würde mich freuen. Das verdienst du ja mehr als ich. Tasche voll, Geld in der Tasche. Noch 18 Euro. Haben Sie übrig? Ja. Ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt zu Aldi. Um dort weiteres Leergut zu versilbern. Seit zwei Monaten sammelt Arno Dosen und Flaschen. Er will unliebsame Mitstreiter vertreiben und weiter abspecken. Auch so geht Fitness. Aufwand. Mit Säumen. Immer bis jetzt. Ich gehe jetzt zu Aldi. Ich gehe. Ich bin jetzt nicht zu Aldi. Ich gehe.